So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist jetzt genau 11 Uhr. 11 Uhr 8 findet der Community Raid statt für dieses Mal und Kapu Falla wird der neue Raid-Boss sein. Ab 10 Uhr haben die Raid-Bosse gewechselt, ab 11 Uhr können sie dann also schlüpfen, Kapu Falla in den 5er Raids. Normalerweise war geplant, dass ich heute mit Bianga den Community Raid zusammen mache, weil Bianga und Genaya ja heute nach Hildburghausen kommen, wir dann wandern wollen, Bismarck-Turm da übernachten, dort essen, essen, zubereiten, hin und her, das werdet ihr alles in einem Vlog sehen. Jetzt gab es natürlich wieder Probleme, das heißt, die Bianga ist nicht da. Das ist aber die Arena, die möchte ich euch erstmal zeigen. Es ist ja dieses riesengroße Etwas, das nennt sich hier nämlich Mahnmal zu Ehren sowjetischer Soldaten. Und da werden wir gleich den Community Raid abhalten. Guckt euch das nochmal an, das Wetter passt auch, die Sonne scheint, ist ja eingezäunt. Sieht auf jeden Fall richtig monströs aus. Die Yanga wäre um, sagen wir mal, 11 Uhr 20 eigentlich mit dem Zug gekommen. Deswegen hätte ich gedacht, ich hole sie vom Zug ab. Wir gehen vom Zug direkt zu einem Raid, der dann gerade da irgendwo ist, in der Nähe vielleicht. Jetzt ist der Zug explodiert, das heißt, es dauert, bis sie kommt. Sie weiß gar nicht, wie, wo, was. Genaya kommt so 14 Uhr rum. Kann sein, dass Genaya vielleicht sogar eher da ist als sie oder dass ich sie da, dass ich Bianca dann abholen muss irgendwo. Guckt ihr den fetten Baum an, der hier einfach dazwischen rumrennt. Wir suchen uns mal hier vorne die Bank. Deswegen müssen wir den Community Raid jetzt alleine machen. Dafür nehme ich halt den allerersten, der jetzt aufgegangen ist. Und das ist der hier oben, 11 Uhr 8. Den werden wir uns jetzt zur Genüge tun. Ich sehe, die Stimmung ist schon wieder, weil einfach alles nicht so klappt, wie es eigentlich klappen sollte. Aber egal, das Wetter passt. Das heißt, wenn die dann da sind, ist auf jeden Fall alles nochmal eine ganz andere Sache. Mal gucken, ob ich mir vielleicht nochmal ein Bad abrasiere, dass ich gepflegter aussehe, wenn wir dann losgehen für das Video für die Ewigkeit. Wir werden jetzt die Leute hätten, die wir dafür brauchen. Ich habe wieder im Community Tab einen Post gemacht. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht ein gutes bekommen. Vielleicht sogar ein Hunderter. Und wenn nicht, werde ich noch einen Glückstausch machen am Ende des Videos mit dem neuen Raid Boss. So wie wir das bei Demeteros Regi-Rahmen gemacht haben. Da hat es ja geklappt, dass das direkt im ersten Trade Hunderter wurde. Schauen wir mal an, was der heute macht. Ansonsten kann man es, glaube ich, gemütlich angehen lassen. Machen wir ja auch. So, ich hänge mich mal kurz so hin, damit ich euch das zeigen kann. Das ist also die Arena hier. Jetzt kann ich es euch auch im Spiel zeigen. Daneben ist ein Stop. Der Stop glüht. Das ist ein Lockmodul an von Bier Lolli. Ich habe keine Ahnung, wer Bier Lolli ist. Seid ihr Bier Lolli? Schreibt es mal in die Kommentare. Hier, Mahnmal zu Ehren sowjetischer Soldaten. Da geht der Fünfer auf in mittlerweile drei Minuten. Das heißt, ich muss euch noch kurz zeigen, wen wir einladen. Das hier ist der Rest vom Friedhof, der aussieht wie ein Vergnügungspark. Einfach mit 100 Arenen. Allem drum und dran. Wir gehen jetzt aber auf den Community-Tab auf dem Kanal, um euch zu zeigen, wen wir heute einladen. Dann ist hier gepostet. 11.08, Cabo Fala, Community Raid, Ramses Raid Party und Ramses Raid Mania Laden ein. Wir sortieren natürlich wieder nach Neusten zuerst. Gehen nach unten. Haben zehn Accounts, nämlich Blood and Tears, Nevaes, Kulidita, Henry Nicky, Trainer Sir Apps. Das sind die ersten fünf auf dem einen Account. Und auf dem anderen werden eingeladen Mako, Timotte, Kurvidiva, Karsten und Mazofix. Das sind alle zehn, die wir mitnehmen. Das hat sich auch keiner weiter eingetragen. Das geht also perfekt auf. Und hier habt ihr natürlich im Community-Tab auch noch eine Liste, wo ihr sehen könnt, welche Pokémon effektiv sind. Wie die WP-Werte sind. Was der für ein Typ überhaupt hat. Was es sonst noch Wissenswertes gibt. Ich werde, denke ich mal, mit einer Metacross-Armee kämpfen. Ich werde jetzt nicht extra eine Mega-Entwicklung machen. Für die Raid Mania morgen wäre das was anderes. Da Mega-Gänger rein als erstes und immer draufkloppen vielleicht. Ansonsten Metacross mit Stahlattacken dürfte da regeln. 19,96 ist der Hunderter wert. Beziehungsweise 24,96 mit Wetterboost. Kann man sich eigentlich leicht merken. 2000 und 2500, möglichst da muss er rankommen. Jetzt wartet man natürlich, bis der aufgeht. Es sind noch eine Minute, 13. Dann schauen wir mal, ob es alle rein schaffen und wer den Besten hat. So, ich muss leider jetzt hier bei dieser Bank bleiben. Aber mit dem Hintergrund sieht das vielleicht ganz chillig aus. Hier ist halt heftig die Sonne. Da muss ich meinen Eierkopf davor pressen. Wir gucken noch mal ganz kurz. Ich habe hier in die Weiß-Kolidita-Blatte in Tiers Henry Niki. Einer fehlt. Das dürfte der Trainer Sir Up sein. Der hat nicht angenommen. Den habe ich schon geedit, bevor ich überhaupt hierher gekommen bin. Auf dem anderen Timodde, Carsten, Kovidiva, Mako fehlt auch einer. Ich habe also nur 8 Leute zum Einladen, obwohl ich 10 geedit habe. Aber egal, wir gehen jetzt auf den Raid. Wir müssen den auch wieder privat machen, damit keine Fremden reinhuschen. Drücken jetzt erstmal hier drauf. Das seht ihr jetzt gerade noch nicht. Gruppe erstellen. Smet, Rad, Vogel. Laden jetzt ein. Neweiß, Kuli, Blatte in Tiers, Henry. Oh, jetzt steht Trainer Sir Upse mit drin. Hat jetzt in dem Moment angenommen. Timothe, Carsten, Kurvi, Mako. Aber hier fehlt einer. Hier gehe ich jetzt auch rein, privat. Mit Smet, Rad, Vogel. Schmeiß mal da drauf. Also 1996 und 24. Auch irgendwas um die 90. Sind eigentlich leichte Werte. Ich bin mit Ramses Raid Mania, nämlich Glücksfreund. Das heißt, wenn ich ihn fange und Ramses Raid Mania ihn fängt, können wir direkt nach dem Raid einen Lucky Trade machen. In der Hoffnung, dass im Video live das 100% kommt. Das wäre auf jeden Fall richtig stark. Hier habe ich eine Armee. Hier habe ich Giratina drin. Giratina, Mewtwo, Heatran, Metacross, Heatran. Hier habe ich Despot, da, Giratina, Heatran, Heatran, Heatran. Und denke mal, weil der auch Stahlattacken natürlich kann. Oder vom Typ Stahl ist. Aber gut, das sind Heatrans. Sie sind direkt so aus dem Raid gefangen mit Wetterboost auf 2600. Da werden die meisten wahrscheinlich Feuerattacken haben. Bei mir seht ihr hier aber Metacross, 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 Metacross und noch mehr Metacross. Sind jetzt alle drin. Wenn ich 9 einlade, 9, 10, 11, 12, dann müssen wir nicht 13 sein. Ne, wenn ich 10 einlade, wenn ich 10 einlade, plus meine 3 sind es 13, also 12 müsste passen. Hätte ich es eigentlich auch aufmachen können. Habe ich jetzt nicht. Wir drücken uns jetzt hier mal durch. Ohne Team auswählen, ohne alles. Also ihr seht, die empfohlenen Teams klappen meistens eigentlich auch sehr gut. Auf den kleinen Accounts sieht es halt ein bisschen komisch aus, aber da habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich was anderes. Da habe ich den Tarnel C-Day nicht gezockt. Ich habe nichts großartig gepusht. Also wenn das jetzt hier Heatran reinwählt, bin ich natürlich selber schuld. Auf dem großen wählt es einfach Metacross selber aus, was ich selbst auch genommen hätte. Also das passt alles. Da muss man gar nicht mehr gucken. Despotar hier eingesetzt mit Knirscher natürlich. Hier habe ich Geist, Spukball beim Mewtwo. Das passt auch. Das stimmt alles auf jeden Fall mit der Grafik überein. Auch dass das Giratina hier reinkommt und da ordentlich Druck macht. Wer ist nicht reingekommen? Wer hat nicht angenommen? Ist es euch aufgefallen? Das war auf jeden Fall von den zweiten fünf. Bei den zweiten fünf Leuten hat einer gefehlt. Kann ja immer mal passieren. Ich erlebe das auch bei Rates für Zuschauer, dass einer sagt, die Einladung kam gar nicht an. Kuli hat das auch schon gesagt. Da vertraue ich auch drauf. Kann ich nun leider nicht ändern. Ich kann nur einladen. Wenn es dann nicht ankommt, durch was weiß ich, ist es leider kacke. Aber dafür machen wir trotzdem auch nochmal Rates für Zuschauer. Aber der Name wurde ja trotzdem vorgelesen. Also seid gegrüßt. Fühlt euch gegrüßt, sage ich mal. Jetzt müssen wir uns gleich noch eintüten. Ich würde mich so gerne einfach woanders hinstellen. Aber ich weiß nicht wo. Dieses hier rumkauern birgt auf jeden Fall total komisch. So, wir checken mal kurz hier ab, wer wie viel hat auf den kleinen, habe ich nämlich, der ging auf jeden Fall richtig flüssig, also ganz gechillt, 1952, 1939. Das ist beides jetzt noch nichts. Wir nehmen das mal mit. Ich probiere jetzt einfach mal was aus. Und zwar, ich laufe jetzt hier rüber an den Zaun. Hier ist ein bisschen Schatten. Wenn ich euch jetzt hier auf den Zaun stelle und das kleiner mache und das hier runterdrehe, ob wir vielleicht hier fangen können. Da muss ich nicht die ganze Zeit rumhocken. Eine Minute, fünf Sekunden für den Raid. Und 1957, ja, es ist okay für den ersten, nehmen wir mal mit. Der sieht jetzt auf jeden Fall schon wieder nervig aus, weil der nach links und rechts geht. Einfach fabelhaft. Das heißt, der Kreis muss gar nicht so klein sein. Der Kreis kann ruhig etwas größer bleiben, um einfach fabelhaft zu treffen. Die Kunst ist nur, jedes Mal jetzt die Geduld zu haben, dann erst zu werfen, wenn er angegriffen hat. Ihr könntet auch natürlich werfen, wenn er rechts ist. Wir können es ja mal ausprobieren. Jetzt haben wir zu lange gedreht, zu lange gekurvt. Der Kreis hat sich wieder verstellt, ist jetzt wieder größer geworden. Das heißt, wir müssen ihn eh nochmal einstellen. Komm zurück, komm zurück. Ja, das machst du aber fein. So, jetzt ist er wieder in der Mitte. Der ist auf jeden Fall einfach fabelhaft, der Kreis. Ja, jetzt sieht man viel kleiner als beim ersten Mal. Der frisst mir schon wieder zu viele Bälle. Aber ich habe er, ich habe ja, ich habe ja noch 15 Stück übrig. Ich habe schon vier geworfen, also 19 Stück hatte ich, glaube ich. So, er sitzt und er geht an den Rand. Das ist so nervig. Ich hasse solche Raid-Bosse. Das war bei Cabo Ricci nicht so. Äh, bei Cabo Ricci nicht so. Der hat einfach angegriffen. Der war in der Mitte. Der hat gesessen wie Crowdon. Das Ding erinnert mich ein bisschen an Griselia. Vielleicht liegt das einfach am Typ V, dass die immer nach links und rechts gehen. Weil die unentschlossen sind. Anstatt einfach in der Mitte zu bleiben. Ja. Er greift nicht an. Jetzt greift doch an. Er geht wieder nach rechts. Ich werfe jetzt einfach. Ist mir doch egal. Nur großartig. Jetzt muss ich den Kreis wieder neu einstellen. Oder? Nein, er ist drin. Aha, er ist drin. Er ist drin. Okay. Er ist drin. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können zurückgehen. Und können jetzt noch genau den Spezialtausch machen. Da ist der Pokédex-Eintrag. Das sieht gut aus. Aber ich muss erst das auf dem kleinen Account noch fangen. Dann können wir den Spezialtausch machen mit Cabo Falla. Der hat hier 13, 13, 12. In der Nähe von Auengrund Thüringen. Damit ihr wisst, wo das herkommt. Und das Wetter ist richtig herrlich. So, da bin ich zurück. Und ich habe echt Schiss gehabt eben. Ich habe so viele Bälle geworfen auf dem kleinen Account. Und es hat so ewig gedauert, bis der drin geblieben ist. Ich dachte schon, wir können den Spezialtausch gar nicht mehr machen, weil der einfach abhaut. Er ist im Endeffekt jetzt drin geblieben. Wir werden den deswegen jetzt auch fix tauschen. Dann haben hier Cabo Falla 57 gegen 39. Wie gesagt, 96 musste er eigentlich werden. Und ich weiß auch jetzt, wer der eine war, der nicht da war. Nämlich Mazofix. Mazofix hat nämlich jetzt angenommen gehabt. Dann nach dem Raid habe ich ihn gesehen. Es sind jetzt fünf Leute auf dem anderen Handy. Und hat keine Interaktion. Aber ich konnte ihn ja nicht einladen, weil er noch nicht da war. So, ich gucke mir erst den anderen an. 1953 ist der Kleine jetzt geworden. Also von was Klein auf was Besseres. Und hier haben wir... Na ja toll. 1958. Das heißt, er ist genau um 1 WP gestiegen. Von 57 auf 58. Ist jetzt also besser. Und hat genau trotzdem die gleichen Werte. Vorhin 13, 13, 12. Jetzt hat er 13, 12, 13. Hat sich also nicht wirklich was getan. Trotzdem ein Versuch was wert. Jetzt werde ich aber keine Cabo Falla mehr tauschen. Denn die restlichen freien Raidpässe, die ich jeden Tag habe, werde ich in Cabo Falla investieren. Und als Lucky Trade suche ich weiterhin momentan Rigi Eis und Rigi Stil als 100%ige. Jeder Glückstausch, der in nächster Zeit kommt, wird also mit denen gemacht. Bis dann das 100er da ist. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal gucken, wann die Bianca jetzt nun kommt. Ich werde ihr gleich nochmal schreiben. Tut mir auch leid, dass ich sie gerade da ein bisschen im Stich gelassen habe. Und nicht als Ansprechpartner noch da war. Aber ich bin jetzt gleich da. Ich rufe dich gleich an. Dann können wir nochmal gucken, wo du jetzt bist und was du jetzt machst. Und dann, wenn die Genaya später kommt, dann seht ihr halt gleich beide mit einmal. Anstatt, dass die eine schon dann jetzt da ist und die andere dann kommt. Habt ihr auch schon ein Cabo Falla gefangen? Wie gut war eures? Habt ihr Bock auf dieses Pokémon? Werdet ihr raiden? Werdet ihr was anderes raiden? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns Mittwoch in der Raidmania. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Peace out, Vorhaut.